herzlich willkommen zurück die eine könnte ich erst mal nur vier maps jetzt werde ich erst mal wieder ein bisschen also mal wieder ist gut gesagt werde ich mal ja 2002 und spiel das gibt es davon mittlerweile auch nachfolger doom odyssey zehn jahre edition also da heißt denn 2002 ad 10 und für sowas habe ich mittlerweile gedauert ob ich das auch spielen werde weiß ich nicht weil es quasi eine fortsetzung mal gucken wie ich wieder drauf habe auf jeden fall wird erst mal 2002 hat sich früher schon gespielt ist sehr nett die maps die ich geschafft hatte ich war nicht sehr weit wollte ich dann einfach andere hatte von daher will ich das mal jetzt im rahmen des pläts einmal komplett durchspielen mal gucken ich weiß auch gar nicht wie viele maps das hier in dieser links der booms da gibt es auf jeden fall wie gott und dann kommt 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 wir brauchen all die welt um und dazu brauchen wir dann das entsprechende map pack und zwar wie gesagt 2002 odyssey und da gibt es wie gesagt zwei verschiedene einmal mit der zehn jahres edition also von 2012 und einmal von 2002 wie ich bin aber das original von 2002 so ja stimmt alles ach so 2011 ja stimmt alles 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 und tschat so 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 kuckab also stehen nicht was keiner braucht äh weiter start wir spielen Deep into the Code Prost Es ist also vier Episoden Jetzt muss man Und nochmal Violets Backpack Dankeschön Und jetzt heißt es einmal Danke für eure Aufmerksamkeit Oh Einer lebt noch Sehr offensichtlich Oh Tschakischön Ola Ola wo Ola wo Ola wo Ola wo Ola wo Eine Schussblende Und eine Falle Ja Danke schön Ha Ha Gut Hallo Ist da jemand Eine Tür Oder eine Falle Oder weißt Da ist ein Scheiter Oh mein Gott Alter Ola wo Männisch Aha Aha Gut, kriegt man auf, denn das war so klar. Ich frage mich echt, wie weit sie knabbern können. Ich meine, die müssen Zähne haben, so lang wie, weiß nicht, wo ist das denn? Da war ich doch gerade. Hier komme ich doch. Hä? Nein. Jetzt läuft Verkehrsschilder, ich glaube es nicht. Oh Gott, Leute. Oh. Ach so, es ist die andere Seite. Was machen wir denn jetzt? Ich bin... Oh. Das ist das Einzige, was ich an diesen Tactical so mag, an Tactical Realistic Mode, dass es halt Realistic ist und wenn man die Dinger mit einem Schuss in den Kopf schießt, äh, mit der hier, dass dann Ruhe ist. Ob man nicht zweimal schießen muss und dann noch einmal nachschießen muss. Das ist so dumm. Nee, ist aber nicht, oder? Kommt hier noch was. Hätte ich mal Rutsch mal ein paar Sekunden verstecken können. Ach, sicher. Viele gibt's nicht überhaupt, vier Stück. Das ist doch eine Tür. Leute, ich rück das Arbeitsamt. So. Der... Den Knopf haben wir. Das ist die Tür. Gibt es auf der anderen Seite auch noch einen Knopf? Nein. Aber Munition. Ich will... Ach ja, haben wir ja jetzt. Ja? Oh. Ähm... 2002. Ähm... Doom Odyssey. Mit... Brudel Doom 21. BAM. Sehr figgeti-figg. Darin machen wir auch noch. Darf ich nicht vergessen. Anders als bei Doom for Doom. Bann uns, wie ich hier auch immer nachdenken muss, nachzuladen. Und da kommt. Sowas finde ich schick. Das erinnert mich irgendwie so an Server Racks. Also so an, ja, Supercomputer halt. Die sehen ja auch so aus. Vielleicht nicht so hoch. Da geht es nicht bis zur Decke, aber das ist hier einfach Engine-bedingt. Ich muss den dreimal in den Kopf schießen, damit er einmal stirbt. Ich glaube es nicht. Oh, bei dem geht es einmal. Da habe ich mich einfach nur dumm beim Schießen angestellt, beim Zielen. Geht doch. Genau so muss das sein. Was war mehr? Ich trau dem Gapfel hier nicht. Das sieht mir jetzt so aufgeräumt aus. Wo ist der jetzt? Wow. Hier ist ein Schalter. Noch ein Schalter. Oh, oh. Ist doch nicht nur noch mal hier. Alter. Gott, haben die einen Verbraucher an Manition? Das ist ja jenes von gut und böse. Wo ist die Räume? Vielleicht habe ich schon gut dahinter. Mal ein Imp, habe ich gehört. Also irgendwie geht man gerade bei Ultra-Violence, dass die Pinkies echt noch so satt. Nicht, weil sie so schwer zu erledigen sind, sondern weil sie einfach so viel Munition verbrauchen. Ich meine, ist sie nicht mehr gesund hier? Kommt es mal her? Ich versuche das. Wenn ein Schuss weg ist, bam. Aus, Ende, Video. Oh. Nett. Da ist schon ein Exit. Ist doch noch ein Gegner? Nein. Nein. So. Fragen, jetzt muss man hier rein. Klar, springen will ich aber nicht. Das ist schieten. Du musst dir noch einen anderen Weg geben. Das Ding haben wir bereits. Es gibt zwar noch vier Sequels, ich habe noch kein einziges gefunden. Das ist so viel deprimiert. Ah. Ich will sie nicht, ja. Ich will sie nicht. Ich habe noch so wenig erreicht im Leben. Komm. Geh auf. Was muss doch hier aufgehen? Hallo? Wo kamen wir rein? Hier kamen wir rein. Ach ja, ich bin da. Hier war noch ein Secret, genau. Mit den geilen Verkehrsschildern. Spreue ich aber erst mal. Weil Secrets sind ja bekannt, auch durchaus gewisse Schadstoffe zu beiderhalten, wie zum Beispiel Kugeln oder Feuerwelle. Nicht sehr bekannt wie von war. Huh. Okay. Wow. Das gefällt mir, das gefällt mir auch, und das gefällt mir noch mehr. Gut. Das ist jetzt ein Secret. Von vier. Nicht gerade das, was man spielen nennt. Na gut. Verkauf. Ist er hier nicht Doom for Doom, wo man alles finden muss und den Bonus-Besachen bekommt? Weil der mich würde gerne. Ich meine, da hinten ist noch was. Da hinten ist auf jeden Fall noch ein Weg. Ein Secretraum oder was? Ah. Ja, lecker mio. Jetzt haben wir wieder ein Secret gefunden. Was? Ah. Das macht Sinn. Wow. Ähm. Das wollt ihr nicht. Ich bin gerade mit meiner Hand so komisch auf meiner Maus gelegen, dass ich da leider den... Tastern darf ich. Ich habe keine Taste, aber ich teile ein bisschen noch mehr. Hä? So, wie sind denn? Egal. Gut. Also wir haben jetzt schon mal ein Secret. Und die Secret werden ja nicht angezeigt in der Mitte. Ist ja noch schöner. Was heißt, wir können... Ach komm, fuck off. Ich sage mir jetzt die erste Scheiße ein und dann ab ins Ziel. Das ist mir hier ein bisschen zu kuntermunt. Zwei Secrets reichen. Das sind auch die, die ich bisher gesehen habe. Aber wenn ich Secrets zurücklasse, die ich sehen kann, das tut im Herzen immer so wie. Da kann ich nicht mehr schlafen. Das gibt es doch gar nicht. Ich schalte hier gleich, äh, ihr wisst schon was ein. Egal, ab ins Ziel. Ab ins Ziel. Wir haben zumindest schon mal eine relativ gute Waffe. Und zwar die, die ich jetzt gerade in der Hand halte. Die ist quasi stärker als die hier. Und hat zusätzlich noch kein Nachladen. Allerdings darf hier... Komm, hier noch rein. Allerdings darf hier auch kein Visier. Wie ihr gesehen habt, da schießt jetzt die Granaten. Von daher, wenn man auch fernisch schießen möchte, braucht man halt das Ding. Egal. Äh, vielleicht verlasse ich das Spiel mit der hier. Oh, hab ich jetzt nachgeladen. Ja. Bye. Schicker Screen. Quick Save. Ja. Alles korrekt. So. Jo. Ciao, mit Ciao.